Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit der Bravo Sport, Ausgabe 13, 2020. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir heute einen Blick in die aktuelle Bravo Sport werfen wollen. Die ist nicht nur wegen des Inhalts interessant, sondern vor allem wegen dem, was hier vorne auf der Zeitung klebt. Der Booster mit 5 Karten zur neuen Bundesliga Matchetags 2020-21 Kollektion. Und da sind nicht nur irgendwelche Karten drin, sondern das seht ihr noch ein bisschen besser, wenn wir ihn denn mal von der Zeitschrift ablösen. Was in dem Fall gar nicht so einfach geht wie früher, aber ist ja auch richtig, damit man den nicht so schnell von der Zeitung runterklauen kann. Es gibt ja immer so ein paar Spezialisten, die meinen, sie könnten sich diese Booster auch kostenlos ohne die Zeitung mitnehmen. Worunter dann alle anderen leiden müssen, die sich noch eine Zeitschrift mit Booster kaufen möchten. So, nachdem wir ihn jetzt abhaben, könnt ihr schön sehen, was das Besondere an diesem Booster ist. Nämlich die enthaltene Limited Edition Card LE17 mit Rosun von der Hertha aus Berlin. Und bevor wir uns unserem Päckchen widmen, schauen wir zunächst einmal schnell durch die Bravo Sport. Kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis und dann geht es direkt zu den Short News oder auch der WhatsApp-Kategorie, wie die Bravo Sport sie nennt. Hier mit einer wunderbaren Vorschau auf die berühmten Ugly Sweater. Auch ein Trend, den es ja schon lange Jahre im American Football gibt, der jetzt immer mehr zu uns rüberschwappt. Dann das, was so ziemlich alle momentan bewegt, die sammelt im Sticker- und Trading-Card-Bereich unterwegs sind, die Mega-Youngster. Und hier unten habt ihr eine wunderbare Liste von den Spielern, deren Karten und Sticker ihr auf jeden Fall in eurer Sammlung haben solltet. Und in Deutschland natürlich ganz vorne dabei bei den Youngstern Borussia Dortmund. Aber auch bei den Bayern spielt sich der ein oder andere immer mehr in den Vordergrund. Das getan hat bereits Joshua Kimmich, der inzwischen zum absoluten Leader beim FC Bayern geworden ist und sich glücklicherweise auch nicht ganz so schwer verletzt hat, wie zunächst befürchtet. Dann haben wir nochmal ein bisschen gemischte Nachrichten aus der Fußballwelt. Und dann eine Doppelseite zu einem der Dortmunder Youngster Giovanni Arena, hier schön als Captain America betitelt. Dann gibt es ein bisschen was zu gewinnen für euch, wenn ihr die Rätsel löst. Dann eine Doppelseite zu Angelinho von LBL Leipzig. Dann eine Übersicht und ein paar Statistiken zum VfB Stuttgart. Wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Corona-Krise in Bezug auf den Sport und die Bundesliga. Dann hat die Bravo Sport mal drei Mannschaften zusammengestellt aus den teuersten Stars. Der drei Wettbewerbe Champions League, Europa League und Bundesliga. Kommt gerade bei der Champions League natürlich einiges zusammen. Gesamtwert dieses Teams, das ihr da seht, 1,3 Milliarden Euro. Also daran sieht man, dass Fußball inzwischen zum größten Teil Business geworden ist. Dann haben wir die Ehrenvertragsklauseln der Fußballstars. Bevor wir dann zum Close-Up mit Thomas Müller kommen. Und daran anschließend mal eine Übersicht, die natürlich gerade jetzt rund um die Weihnachtszeit wieder in den Fokus rückt. Hilfsaktionen, für die sich Bundesliga-Stars engagieren. Gibt sicherlich noch einige mehr als die hier aufgezählten. Dann ein bisschen Spaß mit dem Planet Fußball. Bevor es dann zu den Postern geht. Das erste mit Joshua Kimmich. Wobei wir hier zunächst Ötcher vom 1. FC Köln und nicht Kimmich sehen. Dann haben wir Giovanni Arena. Valentino Lazaro mit seinem Traumtor. Das die Bravo Sport hier nochmal als Poster verewigt hat. Für Tops war das ja leider noch nicht mal gut genug, um ihn mit einer Tops Now oder On-Demand-Karte zu würdigen. Dann Cristiano Ronaldo. Natürlich immer gern genommen als Poster. Und hier die jeweils anderen Seiten. Und da sehen wir dann auch Joshua Kimmich in Action. Bevor es dann mit den Starpicks weitergeht aus den sozialen Netzen. Dann eine Doppelseite zu Özil's krassem Absturz. Und meiner Meinung nach ist dessen Fußballerkarriere eigentlich beendet. Kann mir nicht vorstellen, dass der nochmal irgendwo größer Fuß fassen wird. Dann gibt es zu Weihnachten ein richtig großes Gewinnspiel von der Bravo Sport. Bei dem ihr so einiges abräumen könnt. Hier seht ihr den ersten Teil der Preise. Und dann gibt es nochmal eine Doppelseite. Bei dem es unter anderem auch ein bisschen was von den Kollektionen von Tops zu gewinnen gibt. Dann ein bisschen was zum Lachen zwischendrin. Bevor es dann mit den News aus den anderen Sportarten weitergeht. Aus deutscher Sicht besonders interessant in der NBA der Wechsel von Dennis Schröder zu den LA Lakers. Der mit den Lakers dann natürlich das Potenzial hat, den NBA-Titel zu holen. Dann geht es mit der Formel 1 weiter und Lewis Hamilton und der Frage, ob er wirklich der Beste aller Zeiten ist. Dann die My Bravo Sport Seite, auf der ihr der Star seid. Jetzt im Winter darf natürlich auch ein Artikel zum Wintersport nicht fehlen mit Snowboard und Ski. Dann könnt ihr hier rechts eine der neun Bravo Hits 2020 gewinnen mit den besten Hits aus dem vergangenen Jahr. Auf der dann vielleicht auch Pharrell Williams zu finden ist, dessen große Leidenschaft das Skateboardfahren ist, wie wir hier sehen können. So, dann geht es in die virtuelle Welt mit den besten Tipps, was ihr euch unter den Weihnachtsbaum legen lassen könnt. Dann ein Rückblick auf die League of Legends World 2020, die, wie man unschwer erkennen kann, von Spielern aus dem asiatischen Raum dominiert wurde. Und zum Abschluss noch ein bisschen was zur Nationalelf, die er in Spanien ordentlich auf den Deckel gekriegt hat. Und daraus entstand natürlich die Frage, holt man Müller, Hummels und Boateng zurück? Und hier findet ihr das Pro und Contra von zwei Redakteuren der Bravo Sport. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen mit dem Ausblick auf die nächste Ausgabe. Und auch die wird für die Match-Attack-Sammler wieder besonders interessant. Denn nach der LE17 in dieser Ausgabe finden wir in der nächsten Ausgabe die LE18 mit Marcel Halzenberg von RB Leipzig. Das ein Tag vor Weihnachten, also auch eine wunderbare Sache, die ihr euch noch unter den Weihnachtsbaum legen lassen könnt. Passend dazu sehen wir hier die Werbung für die Bundesliga-Match-Attacks-Kollektion. Und ich bin gespannt, wer der Erste sein wird, der eine solche unterschriebene Karte von Alfonso Davies aus dem Päckchen ziehen wird. So, und da wir ein solches Päckchen hier liegen haben, versuchen wir gleich mal unser Glück. Wobei ich kaum glaube, dass er sich in dem Päckchen auf der Bravo Sport befindet. Denn das, wie wir hier sehen können, Promopäckchen mit fünf Karten. Ich hole euch das auch nochmal ein bisschen näher ran. Und dann öffnen wir das gute Stück mal. Finden da zunächst einen der Codes für die App, den ich euch gerne spende. Der Schnellste darf sich da bedienen. Und dann finden wir den eben auch schon im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft angesprochenen Jérôme Borting von den Bayern. Dann haben wir Darida von der Hertha. Dann müssen wir den Berg mal drehen und finden Prietl von Arminia Bielefeld. Dann geht es nochmal andersrum mit Früchtl vom 1. FC Nürnberg. Und da ist unsere Limited Edition Card L.E. 17 mit der Rosun von der Hertha aus Berlin. Das Ganze mit diesem schönen Holo-Effekt im Hintergrund, der in diesem Jahr typisch für die gesamte Match-Attacks-Kollektion ist. Und damit habt ihr alles gesehen, was es im Zusammenhang mit dieser Bravo Sport zu erkunden gibt. Die ist seit Ende November für 2,50 Euro überall am Kiosk erhältlich. Und bis zum 22. Dezember habt ihr noch Zeit, euch diese Ausgabe mit der L.E. 17 von Del Rosun zu sichern. Ist auch die einfachste Variante, um an diese Limited Edition Card zu kommen. Denn hier bekommt man ihn ganz sicher aus diesem einen Päckchen. Die andere Alternative ist, wie die meisten von euch sicherlich wissen, ihn aus einem der Lucky Päcke zu ziehen. Dort aber natürlich auch alle anderen 17 Karten drin. Von daher macht man glaube ich nichts falsch, wenn man die 2,50 in die Bravo Sport investiert. Anstatt auf das entsprechende Lucky Päcke zu hoffen. Ja und wenn ihr inzwischen eure Meinung zu dieser Bravo Sport unten in die Kommentare geschrieben habt, dann sind wir am Ende angekommen. Und zum Abschluss des Videos solltet ihr natürlich nochmal aufs Däumchen nach oben drücken, wenn ihr bisher noch kein Like da gelassen habt. Und alle, die hier noch nicht regelmäßig dabei sind, haben noch die kleine zusätzliche Aufgabe, sich eins der kostenlosen Kanalabos zu sichern, um künftig keins der Videos hier auf dem Kanal mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.